So, habt ihr irgendwelche Ideen, wo wir den Chemikern treffen könnten? Also ich würde jetzt mal auf die Insel fliegen und guck da mit einem oder so. Ja, Chaiopiricus und Labore. Ja, müssen wir da gucken. Ja, wir müssen das aber systematisch, die ganze Kirche machen. Ja, wir müssen das aufteilen, wer wohin geht. Also auf der ganzen Insel kann der sein. Nein, auf dem Human Apps wird der Safeguard nicht sein. Also ich weiß vielleicht, wo Einzellabore sein könnten. Ja. Dann würde ich alleine oder mit irgendeinem hinfahren. Aber der Mann stärker, das belohnt sich nicht. Macht dann was mit Helis Jungs. Der Helis bringt ja nichts, da muss man ja reinlaufen. Achso. Ja, kannst halt die Vorlampen. Da bringt ja nichts Zeitverschwendung. Dann ist ja mit dem Auto schneller. Genau. Ja, okay. Äh. Ja. Dann, jeder der halt Labore jetzt kennt oder so. Führt die einfach mal an. Und die anderen könnten einfach mal so an Orten, wo das Sinn machen würde, dass der chillen würde. Right. Krieg mir nach Chaiopirico. Kann man machen. So, jetzt einmal kurz zurück im Funk. Wie ist die Tagestelle? Buonasera. 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 Noi. Ich denke, sie können uns weiterhelfen. Ehh. Check mal aus. Willkommen im Auftrag von Pepe Hernandez. Ehh. Wer sind sie denn? Ehh. Ich bin Saratore Rios. Ich bin Mitglied der Cosa Nostra. Arrivederci. Ich bin Mitglied der Tag. Das ist schön, aber. Buonasera. Buonasera. Kannst du einsteigen? So. Also. Also, habt ihr das Passwort? Si. So, Jungs, wenn es geht, ist es ein bisschen ruhiger im Funk. Also, ich habe euch ja geschrieben, dass das Passwort für die Server ist, ja? Si, amigo. Jetzt ist das Problem die Server. Das ist der nächste Punkt. Und ich muss jetzt rausfinden, wo die sich befinden und dann gebe ich euch morgen Beside und ihr müsst die besaufen. Saft ihr das? Das sollte durchaus möglich sein. Das ist gut. Habt ihr irgendwelche Fragen? So weit nicht oder, Richard, hast du Fragen? So weit habe ich auch keine Fragen, nein. Alles klar, dann melde ich mich morgen. Alles klar. Gut, Jungs. Dann bis morgen. Bis morgen. Arrivederci. Tschö. Arrivederci.